An einen wunderschönen guten, neuen gewünschten, bei uns und den Leuten. Ja, wir sind hier. Und ich werde kurz vorlesen. Wunderschönen. Okay, den Ton stimmt gut. Das ist üblich, die kennen. Einfach einmal den Mikrocheck machen. Dann fangen wir raus, ob er ein Mikro ist. Und ob er auch da ist. Kann ich auf das mal nicht fehlen. Ich habe gestartet, tatsächlich schon mal die die Patrouillieren. Patrouillieren? Ja, die Patrouillieren hier schon. Die haben wir gemacht. Aber ich habe ein bisschen lange gedauert. Ich weiß nicht, ob es 10 oder 20 kostet. Ich weiß nicht. Aber das fangen wir direkt raus. Aber ich habe keinen Platz. Wo ich finde, wo man von Zolltivität zu finden kann. Da ist ein Problem, ja. Also, wir gehen da noch mal Hei an den Neck. Und dann Heinti, schreinti, neinti. Ja, sie... Ja, sie hat... Sie sind auch mal an den Schreinen hier. Okay. Geister sein sagen. Da, das läuft. Und wie hin mir hin, selber hat gerne eine andere Quest. Die hat gerne Laborarbeit. Okay. Da fangen wir mal an. Mit Bernstein. Nee. Oh, Bernstein. Hummer. Dann brauchen wir... Schlamm... Schlamm... Schlammiger... Da. Dann haben wir der Pflanta-Mausflügel. Und wenn wir auch den Heine Wendrun hätten. Aber... Schlammiger... Dann haben wir den Pflanta-Mausflügel. Gut. Wenn du mal weißt, gibst du den Pflanta-Mausflügel. Weil er war. Wenn es ein Hei hat, dann ist es ein Hei. Gut. Und dann gehst du das mal auf. Und dann haben wir... Heinenhaifärte. Dann... Dann... Hier stehen... Fran... Finkelstein. Ja... Da ist ein Frankenstein. Okay. Aber... Ich kann den Pflanta-Mausflügel ausmachen. Okay... Basiliska-Mausflügel. Ich bin ein Hei. Okay. Dann machen wir das auch noch. Ähm... Aber... Ähm... Pxpp-phm... Ich würde das machen, wir müssen einfach alles machen. Ich würde die Killing des Kills, einfach mal selbst machen. wird das ein killkast gebracht bis sie mit zeit also ein hei musste man ganz einfach die klatschen muss man den klatschen gehen klatschen 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 erst klatschen das kleine klatschen die klatschen ja mit ja die dachter an der schadze unter spriten durch auf herzen für Ich habe viel mehr gemacht und ich muss den Halt im Druck leben. Ich mache manchmal für mein Erbstück. Ich sehe das wie ein Modell von Trichter, Tau, Winden, Trichter, Schlag mich durch das Tod. Ich sehe das aus. Ich sehe das aus. Die brauchen wir schon. Das geht zu gehen. Die nennen das, die nennen das. Weil die Reiter, die brauchen wir schon. Ich weiß von, wie die Mathe, was ich lese, geht. Das ist relativ, ja, 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 ja. Das ist ein bisschen Witze. Das ist ein bisschen Witze. Sorry, komm. Komm. Das Ding, das jetzt selbstverständlich ein Trichter, Tau ist. Wo der Kaffee ganz am Anfang viel zu leveln. Ganz am Anfang viel zu trinken. Die meine. Komm zu gehen. Die wenden wir mal, um das zu ersterben. Die ist gut. Dann haben wir auch dann noch direkt in die Dinge die den Kristall libertät. ja wenn man schon jemand die kristalle man da kann man ja noch trekt man kann auch machen weil die auch an der geishin ziehen und ich wollte ein gerichter nämlich bei mir hat er bekommen scheiß drauf ja er muss man trotzdem sammeln und ihr habt noch aufentraten holzraten Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich habe Zeit, ich weiß, wie viel schon, was wüsste ich? Das Mathe hat ich gestern selber per Zufall herausgefunden. Ich kann mal her, was er tut, und dann kann ich looten, was drauf steht, und dann steht er drauf, er wirft das Blablabla, Ratten von Zuldak, fünfmal Stapel bei Rauschweite, so viel Meter kommt, ok, interessant, interessant, Ich habe das gemacht, wir sammeln auf den Straten und Holz, alles ab, hier mal den Basiliskus machen, weil die Frauen schon relativ viel zu stehen, Ich fand nicht richtig, ich fand so witzig die Kost. Ich bin schon mal gepasst. Ich kann schon mal aufrafen. Schließt eh... Ich bin schon mal gepasst. Ich bin schon mal gepasst. Ich bin schon mal gepasst. Ich hab' das Größte. Ich hab' das Brust. Ich hab' das Brust. ja wir brauchen die die ja ich wollte euch nicht killen aber merci schulden die tüge sind das ist das schade an schlange gelaufen sind gesehen ist dann ihr wollt ihr wollt aber aua bang bang du hönnisch im aua aua bang bang gemacht Das war zum Beispiel der Kampfcode. Ja, sagen wir mal trotzdem nach oben. Ja, sagen wir mal die Holes. Give me the Holes. Give me the Holes. Ja, wenn mal die Klänge Maus oder Ratten überhaupt aufgefallen sind, schon genau wie der Tutelo, das hat das Beispiel durch Wasser bis gesehen. Okay, ich kann das jetzt absammeln. Und da muss man richtig klar gehen, wie die Quest funktioniert. Klingt komisch. Also einfach so. Und dann kann man die Quest auch heimachen. Okay, gut. Und da weiß man erst die Quest an der Hand von ihm. Und da. Zwei. Drei. Feier. Penner. Und wir können auf ernten. Ganz einfach. Und da habe ich noch. Noch mal ein Krystal. Dann halt dann. Da. Wie sehen sie doch? Ne. Da. ja die macht den leuten den passen elementar die was auch noch mit eng auf man kombinieren können und 23 ja kommen wir mal die blumen nach ort das interessantes tross ich immer schießt ein blum schießt ein blum nehmen aber bis ich raus von tut wie die quasi funktionieren einst du sind schreibe ein bisschen mehr jenfalls scheinern traktaron für das soll drack für den aber ein bisschen lustig zu machen und anführungszeichen die quest das fand ich aber gut gemacht hat ob jetzt ein bisschen interessant zu gestalten dass wir besagen stoffen die vierte schießt um die ernte der doof geht ob derzeit ist raus aber ja so viel muss da auch die klänge klang haben wir ja schon da holen so auch nicht gerade diese yellow from the egg white also heimann stoppe blöch sie da für die schmitte reich heute da der tisch von der schnell genug sieht ob ich schon mal ausreizt dann kann der schädlinge wollen tun das sei gut geld von dem heute geht aber den anruf geschickt aber die anna die krieger mit den halt schick es nach riva die kostet kristall nach dem ort gemacht Wir können einfach ein paar Quests machen, wir können ein paar Quests haben aber schon gemacht. Hallo Krämer, da ist ein bisschen wie lange dabei für die heute die Quests zu machen, und da können wir auch ein paar Leute klicken und wie viel fällt es an, wie viele Leute gerade die Quests machen. Auch ein Schadgestattierender Pulse gemacht. Aber ja, wenn zu Frank gebrauchen wir die Dote. Und dann noch die Dote. Ja, das war schon die Namen geilen. Ach, das... Weil das... Oh! Schon wieder viel, dass er so fucking Daily Quests das. Weil die Patrouille sind ja auch so Daily Quests bei uns an. Ja, das fand ich so richtig kremisch. Das ist also eine... Das mache prinzipiell die Normale Daily Quests zu machen. Die Geschmacken aus Synerodiers. Die Manisch. Weil die nämlich einfach... Die sind auch einfach zu machen. Durch Skill Quests aber, du musst dich selten mal irgendwelchen Leute rundherum klappen, weil die Leute so eine Rude ist ein bisschen als ähm... Ähm... Wie soll ich das so? Ausstrengend gesehen. Ansonsten... Einen von den relaxesten... Äh... Quests alleine, die du machen kannst. Daily Quests, war nicht klar. Einen davon, aber, gehen wir erst recht. Die Manisch ist mir die Englisch an. Ja, das ist... Das... 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 Ja, das sind... Das sind... Gut, das sind nur Geschmack gemacht. Ich kann verkehrs das. Das Geschmack gemacht, Manisch. Und du hast es... Und du hast es schon einmal... Und du hast es wirklich seit langem... Dass du eigentlich aufgefallen sind... Ähm... Einige... Ähm... 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 Was schon besiegt hat, war schon aufgefallen. Und sie ist gestorben. Ja, einige... Ähm... Hatte schon... Hatte schon nicht besiegt oder themisch. Besiegt oder nicht gestorben. Was wolltest du so kleine Kack spars? Hm? Das war die Quasse regulär. Okay, fucking daily... Nice. Und das ist das, was ich meine... Und das sind heute... Ein bisschen... Daher kam. Weil die heute... Sie sehen... Irgendwie begehrt... Und was einfach... Delik was zu gehen. Ja... Andere plus geht auch gut zu sein. Und den braucht für Schneider rein. Ich sammle es im Lob an. Und behalten sie mal für meinen Schneider... Schneider... Schneider tut den... Die... Die... Ne... Hoffnung... Die käme schon bitte nicht... Ach... Sie hat hier angegriffen. Ah... Wie konnte die nehmen? Ah... Nee... Au... 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 Gott... Verdammt... Das hat lange gedauert... Bis du hochgedauert hast... Puh... Du warst die schlechte Leiden... Darstelle, was du... Ja... Die äh... Ich mein... Hendo hat... Ich... Bis mir groß... Äh... Äh... Quäste... Dinge, die du nicht hast... Nein... Hauptmann schlepp mich tot... Hauptmann... Äh... Äh... Ruppert... Manchmal hat gewirsch... Äh... Äh... Oh... Ich mein... Äh... 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 Den ziehen wir mal rup... 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 Den brauchen wir mal nicht mehr... Die haben wir aufgehängt die Quest... Dann... Hau mal... Du hast ja viel Quest... Äh... Den... Du hast ja viel Quest... Äh... Den... Äh... 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 Schieß Zauermacht... Wow... Das ist schlecht... Da... Das... Den häuten... Fröst wirklich viel mehr Zeit... Den häuten... Quast... Drei... Äh... Zauermacht... Ja es hat noch einenraelen... Beg themes nach... Okay... Wahrscheinlichать... Äh... W Lotisch... W Drei... F Hola... Ja es hat noch... Veine... Heute spiel ich auch nur noch für die Quests zu machen, für daily Quests an die heutigen Quests zu machen, also spiel ich den heute auch eigentlich gut mit Main. Da kann ich nur noch mit Raid, aber das ist auch logischer im River. Das ist mein Main, aber ich kann in Main auch pausieren. Mänger Meinung noch. Auf der Aktiv-Verschläge vielleicht eher einen Stoß. Verschiede habe ich gewöhnt, dass er heute ziemlich lange dauert. The big fat fudge and the t-t-t-touch. Guck mal hier nach. Ja, ich denke, dass alles ... Vielleicht wird es auch um ... Um ... Um ... Um ... Fortschritte. mit dem wenn man das nicht rauskette denkt, er sagt alles ja, um vierfältig aufgeholt ja What the fuck, so gut wie gesagt, denkt man ah ja ja wie die dote gleich klappen die dort unterwegs und schon ob es mir proaktiv optiche geschafft hier der maus die gekillt wir sind von jemand der spannung kampf gott verdammt he gott gekillt he gott gekillt von der spannen ok ich könnte mir theoretisch helfen aber wie soll ich das erklären das wird total fies mit mir das also ich muss seine lektion lehren wenn du bei einem Fall sitzt oder du musst schnell oder kurz auf kageln ich empfehle ich überregen das tuten zu machen und dann tut er auf hm du kannst kein spanish aufgreifen aber ich will es jetzt am gebürstig zu verstopfen denkst du das herlöp wenn du irgendwie ein super duper achievement machen hörst du einfach so gekillt gehen hm hm ey sorry ich frage mich was hat schon mal ein keer geschieht mir aus hat auch schon mal wie eh mal geschieht mit mir du hast mich gerade nicht gehört wie zu fliegen und ist äh ok ich hatte kein terapter mit Learning by Heart-Stewing or Failing Komm schon mal die Tam-Tam da Ja, es hat keinen Helfer, aber es hat eine Mache, es sind so viele Sachen Gut, ich tue mal eine Flügel Ich weiß jetzt, wenn die Toten die Putz holen, sind sie schlecht programmiert, aber ich bin es folgt, das sieht ganz, ganz weit Ah, heute kriegen wir es da, es darf Das war heute, heute kriegen wir es darf Da grüht man endlich es darf Die Leute, die ich nicht wissen, die vielleicht die ich gerne rausschalten Ich freue mich so, ich wird es darf Weil es lohnt man da, 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 bis man etwas machen kann Äh, jetzt den, geht man dann mal da hin, erzählen Dann Das darf auch nur ein Kontra näher Ja, das darf auch nur ein Kontra näher Ja, das darf auch nur ein Kontra näher Wow, ich gebe mal nach Ich gucke, da steht was, da steht was, da steht was, da geht es so gut nach, da sagen Also ein Quaster, wo wir dann auch zu verkaufen Okay, das habe ich auch mal gemacht, dann könnte als nächstes billige Wasserwerfer Ich habe mich eineinhalb Stunden am Gang geführt, was Die heutige Quast, die hat wirklich ein schleunigst, die hat wirklich ein schleunigst, wirklich Was ist das für ein langer Gang zu überlegen? Äh, warte, ich weiß nicht, okay, ich habe einen Start, 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 Start Äh, Stäbe da Weil sie, die trainiert, ist die normale Weißen Ähm Auch die One-Handed-Externe haben ja einen Dodo. Da muss ich schauen, dass ich dabei gelegen hätte, vielleicht auch ein bisschen trainieren kann. Aber ja, ähm, ich habe ja so. Gut, was wir für den Test machen müssen? Wir müssen die komisch, äh... ...dob ich meine Sound offhand. Ähm, wie der hat man so hingestellt? Ui, da unten steckt die... ...die... 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 ...ah, da sind sie. Front. ... 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 wenn die beide wirst um technisch schon mal immer wasser schon mal wassermelonen gelesen das ganze millionen sind als wassermelonen also gut die immer gemacht das für den intro für den hüsten hauptmann brennt und let's go brandon von links nach intelligenz tropfer von schluss im langzeit gehabt wer schob den flugwandgang hat geguckt da das ob aufhöft weil krak krak variante hofftet ob wo ist schon ein lag ein schönes gefühl ist kein erstes spiel gekickt Wow, die Leck war nicht lustig. Einfach Tropalden, ok, ich färzt du mit dem heutigen Kampf, ich muss sie mal kurz auslogern. Ja, laun ich schon mal ein Kernei, laun ich schon mal ein Kernei. Pivot Blizzard Montat gemacht. Gut, die Fiatelo so schnell zurück. Ah, wir bringen sie eben durch. Okay. Wie gesagt, Fluchtgestalt. Okay, weil Fluchtgestalt generell jede Welt Temporeduktion abhöft. Wie gesagt, ich darf noch etwas Kraft kriegen und hier haben wir den Tag und stehen dann auch ohne Verständnis für ihn, zum Beispiel. Aber die Klänge... Palimpa, palimpa, pala, das krieg ich noch so hin. Aber das war ja... Es war definitiv mit Usu, es war definitiv mit Usu-weit gewischt. Aber das war ja... Ich kann es jetzt mal so hin. Und die heute Quest, die können nervös gehen, die können ganz, 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 ganz nervös gehen, die heute. Aber ja, weg ist immer los. Da geht es immer los, wenn sie nervös sind, wie lange sie braucht. Indirekt, ja, direkt, aber nein. Bis jetzt aber rausfahren, tun wir den Heu machen muss. Hm. Kein Kommentar. Es ist schon gestart. Einfach mal probieren, ob die gut alle, mannen ja rausfahren, die quasi funktionieren. Und ja, es tut Spaß, es tut bei weitem viel Spaß gemacht, wie es gut geht. Wie häufig hier muss ich dann tatsächlich ein Video angucken? Es ist wie geschnitten, ob kommt, dass es, ja, okay, es ist über kurzer Hindergang, so, ja, ja, es ist schon, wenn du, weil irgendwie drüben die Quest schon gemacht wird. Und da waren gleich schon verschwunden gewesen. Und du bist immer so, hä, Moment, hä, okay, was soll ich rausfahren? Gut, gut. Gut, Ufruозordaten, unтакte Spinnendüse, michael hat russ töten geht das geht ja hallo muss immer in der haus hier sind wir befreien und hinaus bringen und das nation da scheint die feldweil schon eben schon aufgezogen und auf platz zu starten der stadt entree geht durch die sind da so beskript es gibt es gibt es kommt man dort mit einem englischen langen bekanntes langes trüb tut also Da sehen wir den kleinen Lumpen hier. Dann packen 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 wir den kleinen Lumpen hier. Sie können hier durchlaufen, aber es funktioniert nicht. Sie müssen hier rüber laufen. Dann packen wir den kleinen Lumpen hier. Wir werden das hier rüber machen. Jetzt werden wir den Lumpen hier. Jetzt werden die Lumpen hier. also das den dampf lehrer bei den nächsten muss man tun das war jetzt krankheitsbewegungstechnung vorgesprach das noch ein da das andere ja weil er bestellt sind muss man noch ein bisschen frisch fokus hat tatsächlich also mima multi 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 das kleine motto die dieser lift mit mich schnell so die die zwei variante gehen heimusagist gucken was wir noch als als target an als fokus geholt wir machen den heute ein quest top fährt und das ist auch schon beim an von der volle so gesehen die da auch von der schnell sitzt übrigens konnte blumen nach blick grund und die große probleme und dann hat man zurück motiv land umgefangen hat 50 hat nur gefangen oder wenn ihr okay wir können hat bandage euren die band die bandage vertonnen wird in der anderen kaufen als verband als immer hier das zeit kommt von der lachen schnell genug und so schnell dafür weil man auch blut wird auch ein kipper generell aber du hast mich nach was lang und dann ich habe schon was ist gekauft gesehen wie das hinko gekauft das hat schon nicht das geht so ein jahr ist die flucht und klammer drauf das zeige denn spiel entwickle genügend von aus aus der flucht montos und dann mal die kostung kommentiert eine kostbare Packature. Gefangene Soldaten. Da geht Logizistat. Da hat die Soldatfront. Normalerweise sind da immer 3 Millionen Trullen dran. Wow! Na der Soldatfront. Was am Tag das Glück ist oder weh? Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne hier sind 15.000 viele ganz viele konten münse viele machen ganz 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 viel Ok, cool, alle befreit. Jetzt ist es geriert. Moi, Rupert. Oh nein, greift mich nicht hin, es ist ein Ornschale. Nee, nee, greift mich nicht hin, es ist ein Ornschale. Schnee, nee, Schnee, ich habe es gemacht. Gut. Ok, dann... Hier brauchen wir die Heuten. Und hier gehen wir den Tipp. Äh, für die Heutelo. Hab das bei Ihnen heute noch mal richtig gefallen. Auch bei den anderen Spannen. Spannen... Und... Gottverdammt, viele Achtgespelze auf... Auf... Geheut. Spannend schon... Drei oder fünf Achtgespelze. Und ich allein, habe das bei Ihnen heute noch mal richtig gefallen. Ich weiß nicht, wie weit... Dropklick... Keine Ahnung... Und hier habe ich wirklich die Mischung rausgezogen. Just say. Ah ja... Ja, das ist natürlich, ich kann die nicht aufkürchen, aber... dos, das ist relativ viel Grit. Ich muss gucken, da schaut nach... Aber was denn? Ääh... Tue ich aber trotzdem, bis zu weitermachen. Und zwei und drei. Gut. Warte schon, dass wir mal alle gewöhnen, die ich ganz am Ufer gehst. Es war praktisch komplett verschwunden. Auch wenn es nicht schlecht ist, ist es nicht viel. Ich kann es auch noch so hören. Aber wenn es nicht schlecht ist, ist es nicht mehr. Ich denke, es ist nicht schlecht. Hauptsache es ist schlecht. Ob es gut oder schlecht ist, ist es nicht schlecht. Der Herrscher ruf. here die kann es nicht gut verkaufen das hat schlimmste ganzer sache kannst du mal nicht gut verkaufen ich muss mal freuen dass irgendwo tatsächlich gut wird was genau da muss das war eine so no brainer so helfen ja schreit können ja schreit können es wurde sie noch mit obwohl ich schon geschwitzt hohen stunden ob sie einzigen minuten in zwei stunden da kann ausrechnen an 12 minuten genau das ist aber ja so schon bis zu den dingen habe ich schon ein bisschen was habe es gemacht es hat vieles gehabt eigentlich so zwei Stunden zu machen, aber das funktioniert nicht, das funktioniert definitiv nicht die behalten wir das quest gehen schon stammt du hast den besprach die intelligenz um starke ist dafür da gibt man schon alle von uns trop ich fühle und wieder legt mein kopf oder ein spiel erschwerten aber ihr schnapp es legt gekoppelt habe gehofft werden gekoppelt aber auch das gelingt klingt gekoppelt spielerischen terminus wäre tut 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 ja ich könnte mich schnell drüber flinna gucken gehen ja aus und in ein pc nacheimann kommt kommt der kanal kommt der kanal kommt man an der stahl wirst du doch wie dummisch sind schon doch ist darf schon doch ist darf wie zu trainieren schon so gut zu zweisch dir schon doch zu stierf ja wo bist du doch zu stierf wenn er kauft gebunden die zwei der jordan starb an den anderen dann diktator der wie nächst diktator dominator den die coole warlockstab schon noch zwei hat jetzt bescheinert in den ofen und die sie überhaupt breite wasser wieder teilt das war nach sie ja 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 kopf der verderbnis und du hast das reine das pure bütze gut aber wenn man noch ein doch und auch misst dann per video gucken weil das hat statt auch nicht raus von der teilten aus mitnächst jeder oder ja jeder das war und dann torte ob das war für drinnen im schnitt und gewischt und da war und da drauf wir sind los umschluss an ja hat war ein zweites mit 10 quats in der tisch immer noch den uns wieder gehen wir sogar in anderen auf dass man schon an die nächst er ja können wollen wir ja auch noch die bb haben ist besser als brauchen heimat intelligenz trupp den holen wir uns als nächstes die gedoren möchte kommt die gedoren ist die grund und doch mal da muss man dann kommen wir probieren ok auch von mit meinen lassen funktioniert ich bin schnappi das kleine schnappi wir sind die schnappi jetzt kommt eine schwelle nicht das zeichnen zerstört war das geschmacht selber zusammengeräumt die rasch ja ich habe schon gemacht und so sieht man wohl aus einem langen schläft herum kommen da habe ich mir so drei feuerstunden geschliffen weil man sowieso nicht gemacht hat hatte ich mein daily quatsch noch gemacht und die heute schon die kurze zeichnen gemacht und wie war es jetzt hat die dohanne gemacht und du noch siehst die heute darüber machen kommen so war es aber trotzdem lange gedauert die heute und schläft ja ich fand das total cool für was von stehenst du auf besser wie den wenn ich jetzt mal nutze mit dingen aber den tut dann wohl so etwas wie intelligenz und intelligenz mischt da sind da sie besser etwas verliert das sei aber sowieso wollen wir auch dürfen sehen muss man hier komplett tabouli erasa machen wie hier ich weiß eventuell breitest es nicht aber du bist ja machen also das besser als wenn du sonst geschehen die dritte brauchen auch zumal sie schon ich bin schnappi das kleine schnappodi chenchen ja losher ein bisschen trainieren für den oberen naja gucken dass ich dann vielleicht noch mal dritte bisschen weiter machen bisschen viel kämpfen 4 Quästen Mal gucken, wo geht es? Okay Asteroids sind komplett einer Hausnummer gewischt heute Ich will nicht so ein... Da ist ein Asteroid tatsächlich schon etwas gefetzt, Asteroid Hey Ähm Ja, wann den Heinz auch an der Flamme stoer bleibt Hm? Wann den Heinz auch an der Flamme stoer bleibt Just say Wann den Heinz auch an der Flamme stoer bleibt Just say Just say Ja, kein Kommentar Total gut, kein Kommentar Okay Ähm Ja 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 Jetzt Ja Taal so dass man das nachher gesehen hat die bräuchten steckt davon hat geht ein klug zumal das kann ich nicht nur schaust machen den toten von schule platziert es hat sie noch nicht gesehen Ich weiß nicht, ob man ihn aus Neko holt oder ob man ihn zusammengebaut hat. Das ist schon ein bisschen englisch. Ich verstehe viel was in China. China, nicht China. Ja, es ist auch noch China mit Anleitung in China. Ich verstehe viel was. Wenn das dann tatsächlich, du denkst, wie du es erlebt hast. Denkst du dem Klang in der Gimmick. Aber ja. Und deren Opidon. Ich will ja schief bei seinem schönen Tabardusch gehen und klaffen. Ah, du hast mal so geklaut. Platt, platt, platt. Okay. Ja. Dann können wir noch 2 aufgehen. Dann sehen wir ab 66. Dann können wir noch in Dorn aufgehen. Dann sehen wir ab 67. Dann können wir ihn da holen. Nein. Nein. 67. Plus den Dorn. Dann wieder 60. Ja. Das heißt. Dann hat er bald recht gehabt, dass wir bald auf 70 kommen. So 10, 20 Stück. Dann hat er das gut am Kopf geraschelt. Dann an. igst du den Drakkaris im Klang? Seht ihr so. Da auch noch. Mit der Drakkaris. wirklich hier ist die tatabu verkauft kommt oder gerne sachen und gehen zeitlos um so seelengebunden beim aufheben gebunden aus viel zu viel gold wert den vertraten 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 das war dat und dann haben wir schon gold das kommt obwohl ich kann auch laufen ja da das sind geschenkt ob er beträgt für erste schluss der steigende so ein brief gestimmt und gemerkt sie da und da das lohnt und das wollen wir nicht machen das wollen wir nicht machen vielleicht noch in mehr aufgehen ob die schnelle was den tuppert ist du musst an dem du dran stehen oder wei du musst ein neues dem arme klang in zwei stunden und sie teilen für den geberg tatsächlich so eine dacht da in dem fall sind also weil noch gesagt und er zeigt das vielmehr immer zu dieser entschaute gehabt ja spielst du weil ein glücklich ist das war egal tatsächlich ein sturm geschafft ich wollte eigentlich mehr haute nach nehmen du sagst es einfach realistisch sind und so geht geht und heute können wir dann dracarys machen kurz kümmer eine regierung vollen geschalt und das gibt kings das mit schlöschte king sagen wir ja und das zähl Wir können schon korrigieren, wow, wir können schon korrigieren, aber whatever, Gewicht Warenhändler, also blablabla, gifte, elementarne, ja, da sind wir beim nächsten Quest-Tab, und es ist noch gerade so weit, lassen wir mal die anderen nachher, aber schon viel zu verschicken, ich habe noch keinen Kaffee getrunken, da sind aber eine andere Sache, okay, dann gebe ich erst noch los, in diesem Moment, ich habe schon irgendwie etwas gesehen, ich habe nur gesagt, bist du so goofy, also, äh, 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 so besser, so gut, Schluss, Nersch, geht nicht mehr, also, ich habe noch einen schönen Tag, und tatsächlich, have a nice day, Tschüss! Vielen Dank!